Okay, so Relationship. Are you sure you want one? Also, Beziehung, bist du sicher, dass du eine willst? So, I have a relationship with Simone. We have a little bit of a different relationship. One of the tools that I use is gratitude. Also, ich habe eine Beziehung mit Simone und wir haben eine etwas andere Beziehung. Und eines der Werkzeuge, die wir benutzen, ist Dankbarkeit. So, what are you grateful for about your partner today? What if you started the day with that? Also, wofür bist du dankbar für deinen Partner oder deine Partnerin heute? Was, wenn du damit deinen Tag begehen würdest? And what are you grateful for about you today? And what if you started your day with that? Und wofür bist du dir heute dankbar? Wie wäre es, wenn du damit deinen Tag begehen würdest? So, we have a bunch of tools on this Telecall that have helped us create a relationship. And by create a relationship, I mean create daily. Also, wir haben eine ganze Menge Werkzeuge bei diesem Telecall, die uns geholfen haben, unsere Beziehung zu kreieren. Und mit dem Kreieren, damit meine ich, das ist eine tägliche Sache. So, come join. We'd love to have you all. Also, macht mit. Wir freuen uns auf euch. Relationship. I thought you would get it. I'm sure you're all.